Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute möchte ich über die Axiome von Kolmogorov reden. Wir hatten in der letzten Video ja schon ein paar grundlegende Begriffe geklärt. Wir haben über Elementarereignisse geredet, über Ereignisse geredet und auch über den Ereignisraum geredet und insbesondere hatten wir auch über das Wahrscheinlichkeitsmaß geredet. Und da hatte ich schon angekündigt, dass dieses Wahrscheinlichkeitsmaß eben nicht vollkommen willkürlich gewählt werden darf, sondern dass es eben halt bestimmte Eigenschaften erfüllen muss. Und diese Eigenschaften, das sind eben die Axiome von Kolmogorov, die ich heute durchdiskutieren möchte. Ich habe hier mal so ein Bild rausgesucht von dem Herrn Andrei Nikolaevich Kolmogorov. Der hat ganz viel gemacht, also ist ein ganz berühmter Mathematiker, der eben halt sehr viele Beiträge geleistet hat. Und eine seiner größten Leistungen ist eigentlich die Veraxiomierung der Wahrscheinlichkeitslehre. Und da hat man ihm zur Ehre eben diese drei Axiome eben halt nach ihm benannt. Das ist nicht das Einzige, was er gemacht hat, aber das ist eben halt eine seiner herausragendsten Leistungen, das sich überlegt zu haben, dass diese Axiome eben halt in dieser Form sinnvoll sind und dass man eben damit halt eine ganze Theorie aufbauen kann. Ich hatte ja schon gesagt, wir hatten letztes Mal den Begriff des Wahrscheinlichkeitsmaßes kennengelernt. Und P, das war so eine Abbildung von diesem Sigma in die reellen Zahlenreihen. Sigma war die Menge aller Ereignisse, der sogenannte Ereignisraum. Also dieses Wahrscheinlichkeitsmaß P soll bitte jedem Ereignis in diesem Sigma eine reelle Zahl zuordnen. Und wir hatten schon gesagt, dass das eben nicht vollkommen willkürlich tun darf, sondern dass es eben halt bestimmte Ereignisse, Eigenschaften erfüllen muss. Und die möchte ich jetzt hier vorstellen. Das erste Axiom, das wir halt überprüfen müssen oder das erfüllt sein muss, ist, dass für jedes Ereignis A, welches eben halt eine Teilmenge von diesem Omega sein kann, soll die Wahrscheinlichkeit von A bitteschön eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 sein. Also für alle Ereignisse A gilt, 0 ist kleiner gleich P von A ist kleiner gleich 1. Das macht ja auch irgendwo Sinn, so rein intuitiv. Was soll das bedeuten, wenn die Wahrscheinlichkeit minus 4 wäre oder 7 oder sowas? Das kann man gar nicht sinnvoll interpretieren. Deswegen macht es eben Sinn, zu fordern, dass Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 liegen. Und zwar soll das eben für alle Ereignisse, die man so hat, gelten. Das zweite Axiom ist auch relativ übersichtlich, überschaubar. Das sagt im Grunde nur aus, dass das sichere Ereignis Omega, Omega ist ja auch eine Teilmenge von Omega, also ein Ereignis, und da da alle Elementarereignisse drin sind, spricht man da eben halt auch vom sicheren Ereignis, weil das ja immer eintritt, das hat die Wahrscheinlichkeit 1. Das soll so sein. Also es soll stets gelten, P von Omega ist gleich 1. Diese beiden, die ersten beiden Axiome, die haben im Grunde die Funktion, das Wahrscheinlichkeitsmaß in gewisser Weise zu normieren. Also die legen halt den Bereich fest, in dem sich diese Wahrscheinlichkeiten bewegen dürfen und die Größenordnung, in der sie das tun müssen. Also insbesondere hier an dieser Ungleichung, dass sozusagen alle Wahrscheinlichkeiten größer gleich 0 sind, sieht man eben nur, dass alle Wahrscheinlichkeiten positiv sind, keine davon ist größer als 1. Und die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses, die soll sogar genau gleich 1 sein. Damit wird in gewisser Weise die Größenordnung festgelegt, in der wir jetzt hier mit Wahrscheinlichkeiten reden. Und das dritte Axiom, das ist eigentlich das, ja nicht interessantere der drei, aber das ist sozusagen, da steckt ein bisschen mehr Power dahinter. Das sagt aus, dass für paarweise disjunkte Ereignisse, A1 bis A1, paarweise disjunkte im Griff hatten wir im Grunde ja schon, also wir hatten gesagt, nur disjunkte Mengen bedeutet eben, dass die Schnittmenge leer ist und diese paarweise Geschichte heißt eben, dass das eben halt für alle Paare von Mengen gelten soll, die nicht identisch sind. Also jede zwei Mengen, die ich hier rausnehmen kann, sind alle jeweils disjunkte, die haben also nichts gemeinsam. Es ist kein Elementarereignis in mehr als einer dieser Menge drin. Und dann soll stets gelten, dass die Wahrscheinlichkeit oder das Wahrscheinlichkeitsmaß soll dieser Vereinigung hier immer die Wahrscheinlichkeit zuordnen, die sich als Summe dieser Einzelwahrscheinlichkeiten ergeben hätte. Das ist jetzt erstmal eine Forderung, die ich halt aufstellen kann. Und wenn ich jetzt ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmaß mir anschaue oder wenn ich das irgendwie definiere, dann kann diese Eigenschaft eben erfüllt sein oder eben nicht. Genauso wie die anderen beiden, die ersten und das zweite Axiom, die könnten halt erfüllt sein oder eben nicht. Und wenn eine dieser drei Axiome irgendwo nicht erfüllt ist, dann ist es halt kein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß. Und wenn diese drei Axiome alle erfüllt sind, dann ist es eben ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß. Gehen wir nochmal gedanklich zurück zu dem letzten Video. Da hatten wir uns dieses Zufallsexperiment angeschaut und hatten halt auch dieses Wahrscheinlichkeitsmaß hier definiert. Also wir hatten gesagt, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für das Elementarereignis 1 oder 2 soll ein Viertel sein und für 3 soll es eben halt ein Halb sein. Was so intuitiv Sinn macht, weil diese blaue Fläche hier auch doppelt so groß ist wie diese rote oder diese grüne Fläche da. Und dann hatten wir auch noch diese anderen Wahrscheinlichkeiten hier, die für die Ereignisse entsprechend definiert. Und jetzt könnten wir mal gucken, ob die drei Kolonagorischen Axiome hier erfüllt sind. Nun gut, das erste Axiom sagt, dass alle Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 liegen sollen. Und das ist hier auch der Fall. Also wir haben hier für das unmögliche Ereignis eben die 0. Dann haben wir hier ein Viertel, hier ein Halb, hier drei Viertel, hier 1. Die liegen alle zwischen 0 und 1. Super, passt. Das zweite Kolonagorische Axiom sagt mir, dass die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis, also für dieses Omega hier, stets 1 sein soll. Auch das hatten wir so definiert. Insofern ist auch das erfüllt. Passt erstmal. Und das dritte Kolonagorische Axiom sagt mir eben, dass für jeweils paarweise disjunkte Mengen hier die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung identisch sein soll mit der Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten. Das heißt beispielsweise, wenn ich mir die Menge 1 und die Menge 2 anschaue, dann sind die ja disjunkte. Die Vereinigung wäre das hier, diese 1,2 Menge. Und die Wahrscheinlichkeit davon 0,5 ist auch die Summe von den beiden hier. Ein Viertel plus ein Viertel macht ein Halb. Das passt. Oder wenn ich mir zum Beispiel die Menge 1 und die Menge 3 anschaue, dann ist die Vereinigung davon eben 1,3. Und die Wahrscheinlichkeit, die ich dem zuordne, ist 0,75 oder drei Viertel. Und die Einzelwahrscheinlichkeiten waren ein Halb und ein Viertel. Also auch da ist die Summe wieder drei Viertel. Also auch das funktioniert. Oder wenn ich mir zum Beispiel die 2 oder 2 und 3 anschaue, dann ist die Vereinigung 2,3. Auch hier passt wieder diese 0,75, ist die Summe von den beiden hier. Noch ein Beispiel. Wenn ich mir zum Beispiel die Menge 1, die Menge 2 und die Menge 3 anschaue, die Vereinigung ist ganz Omega. Ganz Omega hat nur die Wahrscheinlichkeit 1 zugeordnet und diese drei Wahrscheinlichkeiten hier aufsummiert. Hier gibt es eben auch 1. Also auch das passt. Das Ganze muss natürlich nur für disjunkte Mengen gelten. Also wenn ich mir beispielsweise mal die Menge 2 und die Menge 1,2 anschaue, dann sind die nicht disjunkt. Und hier funktioniert es auch nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel die Vereinigung von 2 und 1,2 anschaue, ist das ja wieder 1,2. Aber die Wahrscheinlichkeit ergibt sich ja jetzt nicht als Summe von den beiden. Weil das Axiom mir ja nur etwas darüber aussagt, wie sich das für disjunkte Ereignisse oder disjunkte Mengen verhält. Jetzt habe ich also quasi nachgewiesen, dass wenn ich das Wahrscheinlichkeitsmaß hier so definiere, dass sich dann alle drei Axiome erfüllt und dementsprechend ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Das sagt mir noch nichts darüber aus, ob es sich auch um ein sinnvolles Wahrscheinlichkeitsmaß handelt. Weil ich könnte das genauso gut auch so definieren. Also zum Beispiel der 1 ordne ich die Wahrscheinlichkeit 0,3 zu, der 2 0,2 und der 3 ordne ich 0,5 als Wahrscheinlichkeit zu. Dann könnten wir auch hier ganz kurz gucken, ob die Kolmogorovschen Axiome erfüllt sind. Also zum Beispiel 1 und 2 ergibt als Vereinigung diese Menge hier und die Wahrscheinlichkeit ist mit 0,5 auch genau die Summe aus den beiden. Also da passt es. Oder 1,3 ergibt das Ding hier. Die Wahrscheinlichkeit 0,8 ist die Summe aus 0,5 und 0,3. Also auch das funktioniert. 2,3 ist als Summe 0,7. Also auch das funktioniert. Und so weiter und so fort. Also auch das ist erstmal ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß. Aber es beschreibt eben halt nicht mehr das Zufallsexperiment, was wir hatten, sondern es beschreibt jetzt eben ein anderes Zufallsexperiment. Das war es im Grunde auch schon wieder für heute. Wir haben die drei Kolmogorovschen Axiome kennengelernt. Wir haben kurz darüber gesprochen, was sie so bedeuten. Und wir haben auch nochmal anhand von dem bekannten Beispiel und einem neuen Beispiel gesehen, wie man das jetzt überprüfen kann. Im nächsten Video möchte ich mal vier Axiome, vier Wahrscheinlichkeitsmaße aufschreiben. Und dann reden wir mal darüber, ob die gültig sind oder nicht. Und für den Fall, dass sie dann gültig sind, würde ich auch kurz darüber reden wollen, was sie halt für einen Raum aufschreiben, beschreiben. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, dann würde ich mich halt sehr freuen, wenn ihr einfach uns in dem Video kurz was postet oder einfach kurz mein Video liked. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich erstmal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.